reden wir aber fangen wir mal mit fanatic an weil das ist krank das kann der transfer der offseason sein eigentlich also da haben einige teams echt eigentlich einen dicken fisch der jetzt gerade so im teich ist und dem man also da würde ich jetzt mein also also keine ahnung wenn der motor vom boot nicht geht ich würde schwimmen alter mit angel und wird versuchen den fisch da rauszuholen also ich verstehe es einfach nicht so von fanatic seite aus weil wenn wir jetzt das ende des jahres angucken nicht anfang des jahres das ende des jahres der key ist so ein spieler gewesen der sich wieder zur form gefangen hat bester dualist europa mindestens und vielleicht auch der welt in der diskussion 100 pro in der diskussion und ich mache einfach mal den tweet kurz auf hier sieht meine türke sein post dass er restriktiv reagent ist open to emea na apec also emea na wird sehr spannend pacific glaube ich nicht interessanterweise china auch nicht oder ist das ist das damit drin will wohl nicht nach china gehen aber ich dachte ja zählt hier bei der welt und und hier seid nicht der gm quasi von fanatic der hier sein statement dazu ein bisschen abgibt er sagt hier auch hier das ist halt dass das nev hat sich zusammengesetzt und die haben intern entschieden so das ist jetzt das beste wenn dirke sich nach neuen möglichkeiten umguckt und wir eben einen anderen weg suchen für die zukunft von fanatic in welhens das ist quasi so die aussage von dem statement hier und weil da haben auch leute halt ein bisschen rumgerät sei dies das ist das irgendwie vertragsbocker von dirke oder sowas in dem also das hätte ich auch schon vor dem statement hier gesagt ja und sieht stark nicht danach aus dass sie danach aussieht ob das relativ fest ist dass eben von eric da jemand neues haben möchte und eben dirke verkaufen möchte und das statement hier halt ist quasi das die bestätigung so dass dirke halt eigentlich nicht mehr teil von fanatic sein soll obwohl er halt nicht das übersehen vieler der erste restricted free agent dirke hat vertrag bis nächstes jahr er hat bis ende 2025 vertrag also er ist unter vertrag und wenn jemand dirke haben möchte dann müssen die rauskaufen bei fanatic das ist einfach nicht unverständlich also weiß ich nicht dafür mir auch eigentlich echt die worte für das ist wirklich es gibt das ist ich finde unverständlich kann man nicht sagen das ist das ist eine sache die wenn das aus bestimmten ansichtspunkten betrachtet dann kann man das nachvollziehen warum das passiert okay erklären wir ja okay du sagst eben der okay das ist der beste du das in die meer ja stehe ich komplett dahinter das ist eventuell der absolutes aushängeschild der orgen ja hinter der hinter hinter boster sorry generell halt großer name in die meerseits immer also seitdem auch international gespielt wird 20 21 war ja auch schon dabei im ersten masters in reykjavik da mit fanatic gegen sentinels im finale war ja dabei dabei auch schon einer der besten spieler der welt ist ja immer noch auch jetzt aktuell ist das auch geil so die ganzen stats die gepostet werden von champions oder so generell so meistens per round höchster ideal das alles der kind das ist gerade free werbung für ihn doch was da gepostet ist das stand jetzt der beste den wir haben kannst so faktisch statistisch in im meer auf jeden fall ist ja ist ja 100 pro und ist es deswegen grundsätzlich mal wahrscheinlich in irgendeiner form downgrade da jemand anders zu haben als ihn von der standpunkt aus jahren ja so aber es ist auch so dass gerade in dem meer auch dieses jahr ist es ja eigentlich der der reiste rookies so ein bisschen analytics anguckt das sind quasi vier rookies ja so werden wir streng genommen drei mit benji fisch wieder zwei games gemacht hat letztes jahr das ist der trend und fanatic hat sich auch schon an rookies bedient so mit eifer ja der dann also aber war es geworden ist und so na also der auch direkt eingeschlagen ist auch ne der braucht nicht mal noch zeit absolut und das ist das wird auch in dieser offseason glaube ich wieder das war auch für dieses jahr schon der trend mit einer heretics hat es gemacht vitality hat es probiert da lief es dann eher nicht so gut das wird glaube ich nur noch krasser werden so dass mehr rookies eine chance bekommen so türkische rookies oder so da reden ja alle die talentierten türken und sowas die talentierten ich denke das wäre ein geiler team name so ein academy team im dach die talentierten türken wie gesagt das ist statistisch faktisch das ist der beste in dem er als du löst aber es gibt halt auch einfach so spieler die sind halt einfach sind unbekannte du weißt nicht was mit diesen spielern ist du weißt nicht wie gut die tatsächlich sein können die haben die keine tier 1 erfahrung das sind talents in tier 2 die da sehr überzeugen die vom eitest überzeugen aber die haben halt noch nie tier 1 gespielt du hast keinen vergleichswerte rumor ist ja auf jeden fall dass fanatic denn ich weiß gar nicht wie ausgesprochen wird kseus einfach ein paar jahre oder kseus oder den du lässt das halt auch ein türkischer du lässt den machen das unmöglichen hätte ich wohl haben diesen kseus ja dann haben leute natürlich auch spekuliert ja keine ahnung kajak oder so also grund grundsätzlich so kajak und kseus und glaube ich zwei spieler die wir nächstes jahr auf jeden fall in vzt sehen werden entweder epic steigt auf oder die verkaufenden halt das für denke ich 100 prozent passieren ein test du guckst ihn zu diesen krass aber du hast kein vergleichswert und weißt du wer letztes jahr sehr sehr krass war an tier 2 und dieses jahr nicht mal annähernd auf der level gespielt hat kiko das ding ist so das ist halt einfach ein risiko der fnatic geht ein risiko an ja aber gleichzeitig fnatic die die leute die halte eben verantwortlich sind dafür dieses roster zu bauen die haben ja schon mehrmals bewiesen die haben ein auge für talent das haben die ja und das ist ja das ist eine riesige entscheidung zu sagen dörg heraus und wir wollen jetzt ein talent also fnatic hat so benefit of the doubt dass man den vertraut was tell auge für talent an in welchen der in welchen das das würde ich direkt konteragieren wie man es halt auch aus fnatic history kennt ja die starten in e-sports rein mit krassen teams league of legends season 1 weltmeister auf der coach von freak counter strike was war das für eine geisteskranke ära die fnatic hatte ja und jetzt gucken wir league of legends fanatic müll counter strike fanatic gibt es hier noch und vielleicht ist das ja schon der beginning of the fanatic downfall also weltwind ist ja legit mittlerweile war fanatic halt das nummer eins titel sportlich doch ständig so mit abstand um einen titel vielleicht das schon der anfang wer weiß das ist für mich so ein move der wenn wenn das nicht wenn das nicht funktioniert wenn der dual ist er kommt scheiße ist er macht sich findet ich übertrieben lächerlich mit meiner meinung nach ja aber also sportlich ja aber fnatic ist ja jetzt auch die sind ja nicht rich ja okay gut geht der harten aber aber dann hätte ich das hier hat noch ein jahr vertrag und das ist aktuell wie ihm aufgezeigt das ist der beste aktuell in dem er den kannst du jetzt verkaufen die frage ist das ist das problem was ich echt im well und habe man kann null einschätzen was ist da denn überhaupt was steht in raum für eine summe in counter strike kann man drüber reden weil wir aktuelle vergleichswerte haben mit einem nico der zu faken setzt da haben wir noch nicht darüber reden kann das für 1 bis 1 1 millionen bis 1,2 millionen wurde da bezahlt da haben wir in letzter zeit also in letzter zeit in counter strike geht viel über eine millionen für stars wie ist das in well und ich frage mir jetzt dörke der hat noch ein jahr vertrag geht der für eine million also glaube ich glaube ich selber nicht in welw und ist ein bisschen tiefer alles als in counter strike aber die summe interessiert mich aber aber auch die frage warum sollte denn eine org die kohle dafür ausgeben weil diese wer will wer will ausgeben ja das ist diese diese shit teams die geben noch so oder so kein geld aus die die ertragen sich da einfach in der liga und gut ist ja also dörke das wird noch das wird noch sehr sehr interessant ich finde es gibt ein szenario da landet dörke irgendwie bei keine ahnung blieb doch weiß ich nicht aber ich kann also ich weiß nicht ob die auch noch geld investieren wollen aber aber halt irgendwie ich finde ich finde es gibt ein szenario da landet dörke bei einer orga die eigentlich ein doch kein gutes team haben aber die meinen jetzt wir haben nehmen jetzt das geld in die hand und wir bauen jetzt ein team und dann lerne dörke da obwohl das team gar nicht so gut ist ich bin aber der meinung dass dörke so dieser kickoff ist zu anderen spielern die jetzt natürlich auch noch frei werden und das wird ein fetter roster schaffler mehr in dem er also in dem er als jeder nur die mehr sollte zittern eigentlich für ein eine org wie liquid beispielsweise wie vitality beispielsweise auch na wie musst du nennen das ist jetzt ein kickoff für wir können das zweite super team in dem er history bauen dieses jahr war für alle scheiße außer heretics und die hatten rookies ja alle teams die eigentlich sagen wir kaufen halt stars und wollen dann gutes team haben die haben alle verkackt und jetzt ist der kaufmann der faktisch statistisch beste du ist in dem er und jetzt kann also das hat potenzial für ein super team was gebaut werden kann 100 prozent also ist die frage irgendwo weil natürlich die anderen großen namen dieses jahr in dem er alle nicht so gut waren ob das dann ob man dann sagen kann dass es faktisch so ein super team aber es gibt die möglichkeit ein team zu bauen mit fünf namen drin wo man alle sagt die gehören zu den besten in der region auf jeden fall ja das geht dörke zu global e-sports und wenn es das wird einer dank für dich es ist dann sage ich ganz ehrlich da mache ich nie wieder mehr leben könnte